also gar nicht um dachboden oder was ja und aufnahme bereit was hat denn welt kann was haben wir bekommen 300 tokens und solche hin machen ja direkt an die türen und irgendwo vielleicht nicht an die außenwand naja genau mal in dem raum rein genau dann verwechseln das ist mucki sein schlafsack ja ich kann ihn später mal hoch bringen aber so ein bisschen mal eingelassen wollen wir uns irgendwie spezialisiert ganz kurz wegen skill punkte werkzeuge waffen und so weiter oder das muss der zweiten dran stehen kreis ja aus tokens kreis ist okay wenn du hast du die kiste noch auf bitte ja auch geschlossenen kann einer neuen schild kraften für die admin kiste ja auch sehr schön schild brauchst du noch nägel oder ja haben wir deswegen haben wir gefunden einer machen der nicht ist dann muss ich mich stellen die kiste mal ich war noch einen nagel ich bin noch einen nagel dummerweise wir haben nur drei könnt ihr könnt ihr sein bei wo wir rein sind durchs fenster da habe ich jetzt die tür gemacht könnt ihr da rein und raus probiert das mal wieder also jean das würde schon gehen das ist aber ich lasse mir das natürlich nicht nehmen auf keinen fall das habe ich auch gesagt das lasse ich mir das event die ist abgeschlossen passwort okay ist abgeschlossen das gibt es was ich mache sie wieder auf okay jetzt eine kleine spende von mir und meiner mutter das ist passwort ist keinem kämpfer das war deutschland machen wir sollen ein kleiner als drei einigen nutzen was ich habe jetzt kein dom verstanden das ist ein passwort für alle türen die wir bauen einigen ja auch woanders abschieben können 1 2 3 4 rechnet niemand wird es kann mal sein dass das das unterschiedlich ist doch weiß nicht wann es liegt vielleicht was er einst nicht vergessen wo sind wir jetzt bei 57 ja das ist war schon jemand drüben in der scheune lasst uns das pui vielleicht gerade noch mal zur brust nehmen dass sie ich mal da ist dass sie welche drin auch dann angriff angriffe greifen an die schwarzen ab zu führung so dass man sich nicht wirklich panisch war dann erst formieren habt ihr jetzt hier irgendwo schon die kiste gebaut aus dem obergeschoss oben und alle kisten ja auch die atmen und die kreuzung also die atmen kiste ist momentan noch unten aber da war jemand drauf grad ich sehe aber kein aber da war jemand die sind drin stein oder ich versuche sie nicht zu finden die sind drin da ist jemand drin ja dürfen die darin festhalten wir können so umlegen auch jeweils was das war der atmen oder der atmen fliege oder ist sogar eine semi drin ja der würde sie um sechs jahr eigentlich nachfüllen das war also ich hab im chat ein paar ideen für zahlen wollte ein moment komm ich gleich noch mal alter ist es laut ist es mein schlafsack muss nur kurz den wegle ausglaube er wie sieht es aus machen wir den pui leer diesmal dabei herauskommen ja ja dann moment ich kann aber mit zwei und ich komme nach ich wollte eigentlich solche eben zuhause lassen spider sind da darunter so alleine schon ein bisschen haben wir denn schon genug geld um die sache mal einfacher zu machen ich habe hier vorschlag die die vor dem die muss man mal beim game den glas noch machen wahnsinn die war dann noch mal mit den signs einer ist down ein verratender ist down so ähm also zahlen kurz 0815 wäre ein vorschlag oder vier mal die fünf aber die reihenfolge auf keinen fall verraten 0815 0815 0815 0815 kommt niemand drauf ne passwort hat jemand anders schon mal wenn das das ist dann immer gut merken ein saft was war das für eine lusche grad ich habe die schwester einmal in die seite erwischt und die war schon sofort verdauert ja die war ja schon angenockt oder ach so du hast noch nichts verpasst wird mir geht erstmal die richtige eckchen jetzt ab das ist eine gute idee das ist cool für 1 euro damit schnitzel nicht so allein vorsichtig rostet rosten wir jetzt schon zu z weit rost rost dankeschön bin ich alleine hier oder ne ne ich bin da mit dabei danke alte knochen multigarmin für 50 euro eine kleine spende für euer super event wir von AKMG freuen uns euch dabei zu unterstützen auch eine gute idee ähm ich geh mal mit hoch ich glaub ich hüpfe mal rein mir geht hier langsam die munition aus ja ich glaube ja ich glaube danke captain karatschow 09 alter wie viele schüsse der braucht auf nur an unterstrich ist Amanda ist down die eine nicht ich die zweite auch gleich mich herzlichst ich weiß dass es nicht ausgesprochen wird kleiner als 3 kleiner als 3 kleiner als 3 kleiner als 3 ach man ihr seid so verrückt ne ohne scheiß ja ja ähm wow au 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 die scheiß bankenschwester die rennt ja die blöde Küche ooo na komm her mein Freund wua uah die frau rennt uah uah die frau rennt Achtung, hinter dir ist es nicht. Ich habe den... Ah, lecker. Danke, der Zaunkönig. So, wie hat der mich denn erwischt? So, wie hat der mich denn erwischt? Viel Spaß. Kleiner als drei. 22, 11. Nein, ich bin auch neugierig. Ah, fuck, vorbei, ich bin so ein Loob. Ich bin noch am Leben. Ferrales down, ein Token, nettisch. Hinter dir, hinter dir, hinter dir. Ein Spider erschossen. So, noch ein Spider, der ist hier. Bam, Baby. Einer lebt noch. Ach, zuppel doch da rum, ey. Ein Spider lebt noch. Zwei, zwei, zwei. Zwei, hier ist auch noch einer. Auch ein Ferraler. Keine Pfeile mehr. Also von den Zombie-Kills liegt unser Team weit vorne. Ja. Und noch einer down. Und hier hängt noch einer in den... Bin jetzt alle down? Ja, alle down. Das ist alles so eine. Aber alles looten. Essen, trinken, nicht vergessen, ja. Ja, essen, trinken, extra kauen. Ah, nee, ist aber was anderes. Okay, nicht alle looten, würde ich sagen, sondern wir sollten schon mal anfangen, das Ding aufzukloppen, ne? Ja, Ding aufschloppen. Ich bin dran. Was? Ah ja, komm, ey. Scheiße, die Kacke müssen wir auch noch aufkloppen. Ja. 2400er, ey. Zombie? Ja, aber nicht hier drin, oder? Er ist draußen. Draußen, scheiß drauf. Guckt einer nach... Einer ist oben, oder? Einer muss auf die... Gucken wegen Gegner, ne? Ja, einer oben. Einer oben. Ja. Ansonsten ist hier alles gelotet. Hat jemand was zu trinken und zu essen? Ja, ich hab was zu trinken. Ich hab noch ne Can of Chili mit dabei, wenn einer braucht. Wer hat denn das Gitter da eingebaut? Ich brauch's jetzt dringend, um Gottes Willen, bloß für ne Fall der Fälle. Hier, komm, ich werf mal eben raus. Ich hab noch nen Bolt Water, wenn du brauchst. Kannst du hier hinwerfen. Oh, ich steh. Ich bin jetzt bei 22, der Kröter, dummerweise. Ja, 22 ist so rucki zucki runter, ne? Das ist halt das Problem. Aufkloppen den Mist. Essen, trinken, nicht vergessen. Ja, geht ab, geht ab, geht ab. Wie sieht's mit euren, ähm... Also ich hab noch 6 Schuss, ne? Mit euren Axtes aus? Äh, die Axt ist okay. Ja? Äh, ich brauch Munition. Ich brauch Pfeile und ich brauch für den Plan der Bast noch Munition. Wir müssen uns Munition kaufen. Ich brauch die mal fehlern, damit ich die Quest-Pfeile weiterkriege. Und das Spielpunkte wäre auch nicht schlecht. Ja. Karacho, die Winner stehen schon fest. Einmal mit Profis, ja. Ich hätte da Cintonic im Angebot. Wir können am höchsten Zweiter werden. Ja. Was? Wieso? Was ist los? Wenn wir hier gleich fertig sind, dann geh ich mal ein paar Federn sammeln. Ja. Damit wir, ähm, Dinge ins Tringen. Pfeile. Ja, ich geh mich oben dann mal entladen. Das... Hört sich so falsch an. Ich geh mich mal entladen, oder was? Spül aber bitte nach, ja. Ja, bitte. Ich hab die Toiletten schon abgebaut wegen dem Rohr. Oh, Killer Lady, vielen lieben Dank. Killer Lady, danke schön. Oh, schön, danke. Oh, Leute, 6.000 haben wir noch. Hey, geile Scheiße. Krasser Scheiß. Danke, Solidry, 14 Euro. Schaut sehr gut aus. Dankeschön. Wer hat denn Waffen gelernt irgendwie irgendwo? Ich hab aber gar nichts geskillt. Ich hab noch gar nichts geskillt, weil ich noch gar kein... Doch, jetzt hab ich Punkte. Oh. Äh. Hm. Jetzt war's schon wieder. Okay. Warum ist denn das so unterschiedlich von den Anzeigen her? Ähm, die Frage kam bei mir nämlich vorhin auch. Ja, ich hab's auch gehört, es soll unterschiedlich sein. Ähm, beim einen oder anderen sind's wohl jetzt schon 6K. Bei mir zum Beispiel stehen knappe 5,8. Äh, ich hab 6. Wir haben 6.006. Und 97 Cent. Ja. Ihr seid verrückt, ey. So verrückt. Krass, ja. Ohne Mist. Ähm, wie gesagt, es sind da noch 150, die draufkommen, die ich bisher noch nicht einspenden konnte. Warum auch immer. Ähm, die müsst ihr gedanklich noch draufrechnen, ne? Von, äh, den drei vorhin genannten. Die gingen ein bisschen unter. Und zur Feier des Abends ne Tafel Schokolade. Ich versuche vielleicht in der Nacht oder so das nochmal aufzuspielen. Vielleicht klappt's. Ja, alles gut. Ähm, wer ist denn oben eigentlich? Hab'n Dach? Schmidi, bitte? Ich bin oben. Ich patrouliere hier im Kreis, ja. Okay. Ganz ehrlich, mich juckst ja in den Fingern. Danke, Thomas ohne Muss für 5 Euro. Thomas ohne Muss. Haha, danke schön. Danke schön. Thomas ohne Muss ist auch geil, oder? Danke. Thomas ohne Muss, sehr gut. Also ich würde ja ganz gerne, ich würde ja ganz gerne folgendes machen. Danke, Stebons für 200 Euro. Wow. Wow. Stebons, danke. Für die kleinen Kämpfer wird daraus hoffentlich... Wow. Aber immer. Habe etwas Wundervolles, freue mich, Teil einer so tollen und großzügigen Community. Und wir erst. Wir freuen uns, dass du da bist. Wir freuen uns, dass du da bist. Genau. Dafür. Diese Community hat's echt verdient, genannt zu werden. Supergeil. Äh, einer rein? Soll ich oder wer? Oder ist schon einer? Äh, ja gehst du mal rein, Chef, hier, ne? Ich geh, jawoll. Ähm, wir machen's vielleicht... 400. Okay, dann quasi direkt ab rüber ins Haus. Und die Dinger ausladen. Äh, okay. Ich hab wirklich das Problem, ich muss die Kiste wegkloppen. Ja. Und, äh, noch mal dazu. Ich würde heute, ähm, für Tag 7, für die Hortennacht, ne? Das vielleicht so machen, dass wir, äh, gucken, dass wir die Base von einem anderen finden. Und in der Hortennacht uns dort, ähm, hinversammeln. Gar nicht großartig bei uns rummachen mit Spikes oder was. Sondern schauen, dass wir einfach draußen sind in der Hortennacht. Oder? Können wir machen, ja. Raus. Ich würde trotzdem mal kurz zurücklaufen, mich entladen. Also, äh, meine Gürtel und Rucksack entleeren. Ähm, ja, das auf jeden Fall, mach ich dann auch gleich noch. Dich erleichtern, sag's doch. Ich sammle da gerade noch Mais ein. Danke, Siebillis für 20 Euro, auch liebe Grüße von der City. Ach ja, wir können ja den Mais ja auch einsammeln und essen, ne? Das ist ja auch mal eine Maßnahme. Wir kriegen hier wahnsinnig viel Mais. Das ist gar kein schlechter Platz hier. Ohne Scheiß, ich würde gerne mal die Kirche besuchen. Also nicht nur diesen POI, sondern auch mal andere. Ja, der ist halt vor der Hostel, den können wir täglich looten. Ja, ja. Also, Asarak, ich behaupte einfach mal, die Sicht der Zombies ist erhöht worden, ne? Die ist erspendig. Oh, wer, das weiß ich nicht, das. Da, 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 das weiß ich nicht. Also, du bist doch hier der, du bist doch hier der Zombie-Mensch. Ich hab gar nichts gemacht. Nee, du hast nichts gemacht, nee, wie immer nicht. Ich hab, nee. Du machst nie was. Nee, ja, klar. Entladen in den Lenk, das ist schlecht. Jetzt hier, bis zu dir dürfte alles weg sein. So. Was heißt, die Tür, jetzt dachte ich schon, wir hatten das Fenster zugemacht. Ähm, Wanderhorde, weiße Wanderhorde. Oh, müssen wir es angreifen, oder? Äh, klar. Ich hab keine Pfeile mehr. Ich auch, fast nix mehr. Die kommen uns aber entgegen. Ich kann doch keine Sau lesen. Zieht nicht alle mit. Die meisten haben uns nicht. Die meisten laufen noch dabei. Lass die anderen Stange und den Strich X für 25 Euro. Stranke, danke für die 25 Euro. Dankeschön. Das ist ein Kladen. Oh, das ist er. Das ist er. Äh. Danke, BCCs Team für 150 Euro. Krebs ist ne Bitch. Krebs ist ne Bitch, aber wenn du sagst, das ist sowas von ey. Dankeschön, BCCs Team. Danke. Karachi, du hast recht, alles nur Vanilla. Ich höre es immer noch nicht gut gesichert. Ja, nee, gar nicht. Ich hab's gerade gemerkt, dass ich immer noch nichts sicher ist. Zockerrübe, wie sieht's bei dir mit Essen aus? Hoffentlich gut. Ähm, Essen ist auf 46, Trinken auf 88. Pass auf. Ich, ich geh jetzt gleich, ich nehm jetzt die leeren Gläser und die leeren Dosen und lauf zum Fluss rüber schnell. Ja, ich geb dir noch. Ich geb dir noch was. Pack, pack mal in die obere rechte Kiste rein, da ist leer. Sammeln, für ne Forge, etc. Auf die Seite. Genau, und ich würde hingehen und würd noch ein paar mehr, ähm, sag schnell, Federn sammeln. Für... Ja, geil, oder? Ja, genau. Ja? Ja, sicher. Das ist cool. Ja, ich bin hier aus dem Kuffe da raus. Ey, hallo. Ah, hier. Federn für die Quest bräuchte ich auch immer noch dringend. Ich, äh, kann welche, äh, ne, oben ist, glaub ich, noch ein bisschen, ne, eine Feder war oben, dummerweise nur. Ja, ich hab noch zwei, eine Tesch, aber... Ich kann dir auch noch eine geben. Ah, okay, ich hab einmal auf dem Toolshop, ähm, es sind Gegner. Danke. Den Toolshop oben drauf. Danke. Liebe Community kleiner als 3,5. Oh, Little Fischi, danke schön. Scheiße. Ja, mein Mod. Was ist das? Gerne folgt mir sich, wenn die eigenen Mods dann so... Finde ich auch geil. Geht mir direkt einer ab. Ich hatte schon Panik, dass mein Mod weggenommen wird, weil die Mitsch fehlt. Ich hab schon nach Ersatzung geguckt. Drei Snuppers kann man essen. So, klein hier in die Garage gegenüber rein. Okay, also auf dem Toolshop sind Gegner. Noch einmal. Zwei Stück sind aktuell dort. Kannst du die markieren? Kannst du uns eine Markierung geben? Da ist es genau gegenüber, ähm, einfach nur... Wenn du weiter Richtung Süden gehst, da ist der Toolshop Asraq da, wo wir letztes Jahr beim Charity-Event drauf waren. Ach, das ist doch so nach mir. Ah, ich hab aus Versehen in den Boden geschossen, ich bin so blöde. Ich hab aus Versehen in den Chat an die Spracher und an die Kinder eine Schüssel volle. Hier, guck mal. Guck mal, da hat der Toolshop da drüben. Ah! Ich seh sie, ich seh sie, ich seh sie. Na toll, dann haben die uns schön im Blick. Schieb mir mal einen Begrünungspfeil rüber. Ja, mach mal. Wo? Was? Südwest, das Gebäude. Kann ich mir jetzt nicht geben hier, ich muss beide sammeln. Woodframes. Ich, ähm, hol mal schnell Wasser. Ja. Was sind das für Lutscher? Ist da der Well dabei oder was? Ich hab keine Ahnung. Die jetzt schon gestorben ist. Kann ich endlich auch mit der Crafting-Geschichte weitermachen. Ja, die können wir doch aussehen. Okay, da ist grad was eingeschlagen, glaub ich. Ja. Ist doch völlig wurscht, die können doch gar nichts. Na, sagt halt nicht so laut, Hörmer. Die können gar nichts. Wie viel Geld haben wir mittlerweile, sollen wir schon mal was kaufen? Äh, ich würd gern Planderpass-Munition kaufen, wenn's keine Umstände macht. Ich hab ja einen Planderpass und der, der hat noch Hunger. Vielleicht, ich weiß nicht, ob ich auch schon mit Fallen oder so. Jetzt bin ich doch mal so richtig neugierig. Wer viele sind da oben noch auf dem Gebäude? Ich hab nur einen gesehen. Ich seh auch noch einen. Komm, wir gehen mal hin, oder? Oh, Moment, hier waren Federn. Ähm. Wer hat denn, ähm, die Türen und Kisten gesetzt? Weil derjenige müsste... Hä? Hä? Hallo? Derjenige müsste nämlich auch den Zahlencode draufsetzen, ne? Weil so kommen die jetzt aktuell bei uns einfach rein, wie sehr lustig sind. Nur die Admin-Kiste, die neue gesetzt und so, die... Ich setz oben noch ne Hedge drauf. Ähm. Was haben wir gesagt, was für ein Code? 0815. 0815, war schwer zu merken. Voll. Ja, wenn er nachfragt. Gut, 0815 ist gesetzt. Auf die Hedge. Äh, was ist denn jetzt mit dem Typ hier über uns? Ich bin jetzt... Oh, geil. Komm rüber. Ich hab noch grad zwei Zombies. Ein Zombie kommt noch zu euch. Kommt jetzt an Land hoch. Bist du oben? Ne, aber ich geh gleich hoch. Ich baue mich hier seitlich hoch. Da oben ist einer mit dem Bogen. Zieht gerade auf mich. Ja. Beschäftige ihn, ich bin gleich da. Danke. Little verschiebt für 5 Euro. Zwei sind oben. Drei. Nein, was sagst du? Ist meine Sachse. So, was erläuft sich grad. Danke, Sirtu, die für 50 Euro. Tolle Aktion, die Mut macht. Weiß das so. Alter, wie viel hält denn der aus? Auch noch jemanden. Ich hab noch welche Uhr, das heißt, der die festgefallen ist. Äh, ja, ich bräuchte noch Pfeile. Das heißt, wenn ich gleich nach Hause komme, dann können wir uns... Ich kriege ihn nicht weg mit der Kack-Waffe. Ich brauche eine bessere Waffe. Party, 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 P. Nicht, nicht ihr. Ihr seid wahnsinnig. Ihr loschen, ihr habt nichts drauf. Ihr seid so schlecht und ihr seid so dritt. Okay. Asrak, nimm den Mund nicht so voll. Du kriegst... Ich hab ihn nicht umlegen können mit diesem verdammten Planderbass, ey. Der Planderbass ist doch scheiße. Das ist eine Kack-Waffe. Welcher... Welcher Idiot hat den Planderbass zu der Ausrüstung gepackt? Wo unten? An der Treppe. Mist. Bälle. Treppe? Was für Treppe? Wo denn? Was denn? Bei dem Haus hier. Bei welchem Haus? Nicht dein Ernst. Ach, du meinst jetzt drüber an dem Toolshop. Ähm, habt ihr mal getrunken, was hier in der... Was da drin ist? Oh, Mann, danke schön. Ist jemand in der Nähe von euch? Ich hab Bälle hinter mir. Ich bin am Haus. Ihr spricht jetzt von dem Toolshop, oder? Ich bin am Toolshop. Ich hab zwei Leute hinter mir. Ja, ich bin am Toolshop. Ich bin nicht im Toolshop. Wer läuft da jetzt gerade weg? Wer ist das? Ich lauf weg. Also, ich lauf hier auch gerade rum, wie doof. Ja, läufst du gerade Richtung Brücke? Äh... Nee, das ist dort, das bist du gelaufen. So. Und wo seid ihr? Da sind zwei Spiele, zwei Spiele. Zwei Folgen hier, ich bin jetzt bei der Scheune. Ich komme. Größer als drei, größer als drei, größer als drei. Bei mir einer, direkt am Shop. Wo sind die bei der Scheune? Ich bin bei der Scheune. 84, 27, 20 Euro. Seid lieb zueinander. Kleiner als drei, kleiner als drei, kleiner als drei, kleiner als drei, kleiner als drei. Bei mir, bei mir. Als drei, kleiner als drei, kleiner als drei. Den verputze ich. Wo ist der? Direkt bei mir. Ja, wo ist mir? Mir ist keine Ortsangabe. Am Fluss. Ja, da bin ich. Hinter uns, am Stein, ist noch einer. Rechts am Stein. Für die rechts am Stein. Ich seh' ihn. Onkel ist mir dabei. Rot ist nur für Nubs und Aggressiven. Grün die Farbe von Hoffnung und Frieden. Ich muss mal eben gucken, wo die anderen sind hier. Sag mal, wieviel hält denn der aus? Das kann ja alles gar nicht sein. Äh, wieso stirbt der nicht? Keine Ahnung. Äh, ist hier ein Gottmood an, oder was? Wieso kriegen die, wieso kriegen die keinen Schaden? Krieg auch keinen Schaden von denen. Äh, stopp, stopp, stopp. BVP nicht aktiviert. Äh, stopp doch mal. Kann es sein, dass BVP deaktiviert ist? Warte mal, warte mal. Kriegt doch keiner Schaden, oder? Ja, ja, das fällt mir auch grad auf. Warte mal, ich geh mal hoch zu den Admins. Channel switched. Äh, hier, Team Rot, wir haben ein Problem. Wir können uns keinen Schaden machen. Warte mal, warte mal, warte mal. Was? Äh, äh, sag den Teams mal, sie sollen mal kurz warten, ähm, alle. Und mal stehen bleiben und nur gegen Zombies kämpfen. Wir können uns gegenseitig keinen Schaden machen. Kann denn das sagen gehen? Ich geh mal kurz in den Grünen und sag Bescheid. Channel switched. So, ähm. Oh. Das ist irgendwie aber auch das Ding. Irgendwie nimmt keiner Schaden. Ja. Irgendwie nimmt keiner Schaden. Nice. Gut, das erklärt wie wenigen Toten. Ja, bis auf Welt. Der schafft's auch. Der schafft's auch. Der schafft das dann auch noch. Oh Mann, der arme Wellen. Danke. Wieder Rick für 20 Euro. Sehr geiles Event. Macht immer Spaß, euch zuzugucken. Und der Herr Rick noch. Dankeschön. Dankeschön. Deutscher Spiel. Gut, in der Zeit sammle ich Federn. Für den, der, 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 der so kleiner als frei. Ja, ich geh auch noch mal kurz nach Haus. Ja, da geh ich auch noch mal kurz nach Haus. Das Wasser mal rausnehmen. Äh, ich loot mal schnell die Garage hier noch bei uns, weil die hat noch keiner sich angeschaut, so wirklich. Äh, ich war dran, aber noch nicht drin. Da kam die Wanderhauten. Nee, weil mir geht's zwar darum, dass wir vielleicht noch einen Topf bekommen, weißt du? Ja. Ähm. Hat jemand die, die Küche unten, äh, im Haus bei uns geloodet, ja, ne? Ja, ich glaube. Ja, das ist geloodet, ja. War der, war der safe unten eigentlich auf? Nein. Was für ein safe? Und da ist ein ganz safe im Keller. Haben wir ein bisschen drauf rumgehackt, aber das dauert ja tausend Jahre. Das dauert zu lange. Mit den 25er-Dingern dauert es zu lang. Ey, ich bin Oliver Kahn, ich hab Eier. Ich hab zwei Eier gefunden. Ähm. Tolles PvE-Event. Ja, amen. Aber wir waren bemüht, oder? Ich denke noch, weißt du, ich schieße die ganze Zeit mit der Planner-Bass und denke, wieso fällt der nicht tot um? Ich hätt die alle oben aufmischen können. Nina, vielen Dank. Macht ihr mal unten noch einen Code auf die Tür? Äh, nee, da kacke ich nicht drauf. Nee, nee, nicht Code in die Tür, oder so. Schön auf den Griff geschmiert. Geil. Da geh ich nicht rein. Wir müssten dazu kurz den Server restart machen. Ja, alles gut. Dann gehen wir jetzt erstmal kurz aus dem Server raus. Dann schmeiß alle, sag alle sollen rausgehen. Und dann, äh, okay, dann raus. User left your channel. Haben wir alle raus? Ich bin draußen. Okay, ich bin auch draußen. Freunde, dann nutze ich das ganz kurz, gehe ganz kurz auf Toilette, bin gleich wieder zurück. Ich sehe gerade meine Chat-Einblendung. Funktioniert auch nicht. Wenn's okay ist für euch, ich würde gerne bei den Admins Munition kaufen für den Plunderbass. Weil dann ist der ja doch nicht so scheiße gegen Spieler. 5 Euro. Ich dachte, ihr spielt PvP und nicht PvE-Kappa. Kappa, ja, Kappa. Kappa, Kappa. Also, gut. Dann nochmal kurz auf Klo, bis gleich. Ja, guten Rutsch. Guten Rutsch. Bis gleich. Was kostet denn Plunderbass Munition? 20 Schuss, 100. 100 für 20 Schuss. Ähm, wäre es okay, wenn ich 200 dafür ausgehe? Ich glaube, wir haben 700 oder so. 300 hatte ich. Ja, 400 habe ich hier rausgeholt. Dann haben wir 700. Ja, 200 ist das okay? Will noch jemand einen Plunderbass? Nein? Nee. Ich hatte gesehen, der eine hat eine Vorschlagkammer. Das heißt, die haben auch schon geloadet, ne? Für 500 haben die sich eine Vorschlagkammer gekauft. Oder die haben einen gefunden. Das Ding ist aber scheiße langsam, ne? User joined your channel. Entschuldigung, ich wollte Ihnen kurz Hallo sagen. Wir machen mal eben kurz fünf Minuten Pause, ne? Denke ich mir mal so, oder so, ne? Die rufen dann gleich nochmal, ne? Weil, äh... Du willst kacken gehen? Neu starten müssen. User joined your channel. Nee, aber das Schörer läuft ja. Ja, nee, klar. Die müssen den restarten und dann geht's los. Wir sind schon fertig. Ihr könnt wieder joinen. Oh, alles klar. Habt ihr auch alle permanent Standbild irgendwie? Danke für den Hust. Nein. Also, jede Minute steht mein Bild für 5 bis 20. User left your channel. Nein. Okay. Das ist flüssig. Oh, stopp. Also, bei uns, wir haben alle Lacks richtig massiv. Nein? Alles cool. User left your channel. So, ich geh wieder drauf auf den Server. Ich muss mal kurz das Bild überblenden. Ich bin gleich wieder da mit dem Passwort und so. Ja, das kenn ich. So. Also, ich geh wieder auf den Server, dann bestell ich mir einen Admin. Komm auch wieder drauf. Hi, hier ist Team Rot. Wär's möglich, dass ein Admin kommen kann zum Haus von Team Rot? Ich würd gern 40 Schuss Blunderbass Munition kaufen. Mach ich dann sofort. Danke. Okay, ich geh dann zu unserem Haus. Wo ist denn unser Haus? Das ist ja auch bald dunkel, seh ich grad. Hä? Wo musst du denn hin? Danke. Oder für 76 Euro. Okay, ich bin wieder drauf. Lass das ja aber schon wieder. Ah, wo ist das? Ich bin doch hier für nicht falsch, oder? User joined your channel. Ich bin's Noah. Wo bist du denn hin? Hi. Könnt ihr es mal kurz testen, bitte? Was denn testen? Hau mal einen von deinen Mails, bitte. Ich suche erst mal mein Zuhause, sobald ich einen sehe, hier ausstrahlen. Du hast noch die ganzen Probe-Spendenbildungen drin. Am besten schaltest du mal kurz die Spendeanzeige aus und wieder ein. User joined your channel. Danke, Dendritus für 10 Euro, Jahrgang 70. User left your channel. Mach ich das gleich auch? So. Re. Re. Seid ihr schon wieder drin? Ja. Danke. Teddy Works 25 XE für 25 Euro. So auch bei der Hölle wird gesammelt. Wir mitten auf dem Acker ohne irgendwas hier. Finde das toll, wie ihr euch für die gute Sache einsetzt. Mitten auf dem Acker drauf. Danke. Schmidt Master für 50 Euro. Hey, Schmidt Master, 50! Das ist doch schön. Dann an alle Mitstreiter und Supporter. Da hau mal, hau mal da ein Schiff, da du darfst ihn hauen gehen. Danke. Zwieg Willis für 5 Euro. Zeh, mach nachts einen Alleingang in einen Point of Interesse. Ich hab nur 17 Leben gehabt. Ausstrahl, ich schläge dir auch immer, oder? Ähm, wenn's geht, kein Metagaming, auch nicht mit ein paar Euros für Süßen. Kein Metagaming, bitte. Danke. Danke. Tach, du wollte für 5 Euro. Dache, es wäre PvP, so wurde es PvE für Kinder schön kinderfreundlich. Ja, genau. Also nicht ihr, aber in meinem Stream scheiße. Alles freudig, die Runde, keine als drei. Was los? Ach Gott, ey. Also Well tot kommt auf jeden Fall ins Best of. Ja, auf jeden Fall, weil er schafft's ja, er schafft's ja, obwohl man kein, also das ist ja schon peinlich. Kann man sich für Well mitschämen? Geht das? Hallo. Darf ich jetzt mal ganz kurz unterbrechen? Wer hatte denn die Kisten gesetzt? Wer hat denn hier die Tür zugemacht? Wer hatte denn die Kisten gesetzt? Die hier oben, die normalen, ich, die wichtigen Kisten, Schmitty. Gut, setz doch mal bitte auf die Kisten hier oben den Zahlencode drauf. Dass die auch zu sind. Ja nicht. So, dass wir auf allen Türen jetzt mal den Code drauf haben und auch auf den Kisten den Code drauf haben. Ähm. Zockerübe, wieviel Hitpoints hast du? Wo seh ich denn die Kacke? Unten rot. Rotes Kreuz. Hm, von 100. 61. Mucki, wieviel hast du? Äh, was? Ihn hab ich grad schon geschlagen. 17 Leben, ich hab nur noch 17. Aber ihr, das funktioniert jetzt, ja? Keine Ahnung, deswegen wollte ich ja. Ja. Es funktioniert, wir haben's grad ausgeholt. Ja, ich hab Schaden bekommen. Okay, danke. Ähm, äh, nein, stopp, ich wollte noch was kaufen. Ich bin hier, ich hab'n't. Ja, so ist es. Okay. Danke, BWOM, die ist 19 Euro. Eine kleine Spende auch von mir für die kleinen, tapferen Helden und die Kinder. Ähm, jetzt mal getippen. R, kleiner als drei. Hier sind noch 14 Maiskolben in der Kiste neben der Coin-Kiste. Ähm, hat jemand zufällig ein paar Pfeile über noch? Boah, dann würde ich mich am nächsten Tag mal in Richtung Jagen machen. Ich kann dir die Hälfte geben, das sind 13. Ich mach dir welche. Ich hab 88 Federn, ich mach jetzt Pfeile. Okay. Also, ich werde nicht wieder null fallen. Ja. Danke. Also, alle Schöne, die Pfeile sind oft mal eben kurz zu mir kommen. Denkt an die Kinder. Na, 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 na. Ja, aber noch so 10 Stück. Danke schön, danke. Oh, 75 Euro, vielen lieben Dank. Das ist toll. Abwa, Steine aus Bamberg. Danke, nördlich, 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 60 für 30 Euro. Kleiner als 3, kleiner als 3, kleiner als 3. So, Astrid, könnt ihr nicht eine Pause machen und den Spinnenstand? Ah, ich hab auch vergessen den Tag. Da bist du gerade mal, ähm, 30, 35 Kilometer weg von mir. Das ist ja nur mir 94 für 5 Euro. Ein kleiner als 3 für Hannover, Arna, Kinder. So, von Hannover, Arna zu Hannover, Arna, kleiner als 3. Hannover, Arna. Ich hab jetzt alle Lacht oder was? Ja, 0815. 0815. Gonchi für 100 Euro. Von allen Bärlingsschies, kleiner als 3. Jetzt ist gerade mal Zeit. P. Jetzt ist gerade mal Zeit, genau. Komme ich auch mit 0815 nicht dran? Ah, doch. Doch, doch, doch. User joined your channel. Entschuldigung, dass ich hier störe. Ja. Ich muss nur gedrückt halten. Ihr merkt, dass die kleinen Landclan-Lücke auch verpackt sind, ne? Nee. Nein. Nee? Okay. Naja, sonst wärst du ja nicht zu uns aufs Dach gekommen, ne? Ah, okay. Für dich stehen auf 3x3 und das ist nicht richtig. An Server-Einstellung steht auf 7x7. Danke, der Lieben, 90 für 5 Euro und 22 Cent. Ein sehr schöner Stream hab ich so noch nicht gesehen. Vielen Dank. Oder die geben jetzt jedem Team nochmal 20 Cent. Kleiner als 3. Dann müssen wir aber alles hinbezupflaster. Kleiner als 3. Kleiner als 3. Ja, dann sollt ihr doch lieber umstellen. Wir machen nochmal einen kurzen Restart. Ach, es ist langsack. Es ist 7 im Durchmesser. Ja, okay. Dann macht's Sinn mit 3x3. Das ist natürlich ne Scheißeinstellung. 7 im Durchmesser irgendwie. Dann müssen sie es auf 20 im Durchmesser. Ja. Dann sollt ihr es erhöhen und machen nochmal einen schnellen Restart. Genau, das geht doch schneller. Sonst sagt ihr Bescheid. User left your channel. Kinderlady, wir freuen uns über jeden Euro. Dankeschön. Lass dir ja an deinen Rechner.de Ja, wir wollen gar nicht dran denken. Wahnsinn, Wahnsinn, Wahnsinn. Leute, Leute, Leute. Heftig, krass genug. So brutal, was ihr da macht. Worauf wollen wir sparen? Lass uns doch mal das überlegen. Und ehrlich gesagt, mich würd's mal... Wir kommen an die anderen Pläne. Ich hab... Sorry, wenn ich reingrätsche kurz. 43... Ne, Quatsch. Einmal Relog. Relog. Kurz raus. Kurz raus. Ei, okay. Danke für den... Erdverwachsen. Danke für den Resort. So ein kleines Film. Genau. So, Zocker rüber. Was denn? Ich hab da nochmal in die untere Kiste 80 Pfeile reingelegt. Ja, okay. Harte. Also für die, die brauchen. Ja. Okay. Danke. Cool. Also ich nehm vielleicht noch 10 Stück oder was, dann hab ich so knappe 40, das reicht zum Jagen auf jeden Fall. Ja, dann nimmt, wie er braucht und wenn's geht, jeder irgendwie auch hier die Vogelnester mitnehmen, aber ich kümmere mich nochmal mehr um die Vogelnester jetzt beim nächsten Mal. Sollen wir irgendwie die Skillung schon mal aufteilen, wer Waffen und Werkzeuge oder so macht oder... Können wir auch machen. Ja, das wär sinnvoll, dass wir uns vielleicht mal absprechen, richtig. Richtig, 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 richtig. Können wir schon wieder joinen? Ne, ne? Ich weiß gar nicht. Ne, der Server ist gar nicht online. Ne, eben war Gottes Hand drin, hat gesagt, das ist okay. Ja, gut, dass wir immer schon Bescheid kriegen. Lass uns kurz warten. Alles gut. So, jetzt mal ganz kurz für den Chat. Wir machen nochmal einen Restart, weil die Einstellungen von der Lenk-Claims noch nicht so ganz passen. Genau. Sonst ist das ein... Ach man, nee, der war zuvor mir. User joined your channel. Danke dir für dein Follower. Schönen guten Abend. Wir können hier joinen, auf 20 Uhr jetzt gestellt. Danke. Danke. User left your channel. Doch, ich geh rein, alles klar. Ich geh auch rein. Ja. Kauft dich doch um in Frankish Gameplays. Nein. Zockerrübe, guck mal bitte, ob die 80 Pfeile noch da sind, weil die Kiste, die ich vor meinem Lieferort gesetzt hatte, war nicht mehr da. Ja, okay, ich guck mal rein. Ich weiß ja nicht, ich stand ja genau vor der Kiste. Ich guck mal eben rein. Ja, das kann sein, dass die Zeit einfach zu kurz war und möglicherweise dadurch... Ja, dann sind die halt nochmal neu, wenn sie weg sein sollten. Haben wir, wo können wir sie aus der Nähe von Erlangen? Grüße zurück. Ah, nee, ei. 43 sind drin, anstatt 80. Aber, ja, zumindest ein bisschen. Zumindest, oder? Kann ich dann immer noch welche machen? Nee, okay. Kann keine mehr machen. Das ist ja auch noch schön, der Riesenerfolg. Danke. Das ist ja auch noch schön, der Riesenerfolg. Das ist ja gut. Danke. Dann nehmt halt alles. Kleiner als drei. Wollen wir einen anderen POI-Aufsuchen? Für 70 Euro. Auch meine Mutter Erika und Oma Anna wollen spenden. Jack von Helsing. Danke. Oh, 70. Vielen lieben Dank. Cool. Danke an die Familie. Vielen, vielen Dank. Danke. Leute, Leute, Leute. Ey, ihr seid so derartig. Alter, habt ihr mal auf den Betrag gehört? Wir haben jetzt schon... Die Hex ist tot, die Hex ist gut. Sie ist kein Brot. Ding, doch. 7.000. X ist tot, sie ist kein Brot. Alter, ich geh kaputt, ey. Das gibt es doch überhaupt nicht. Sehr cool. Ist das mal richtig, richtig geil, oder? Wisst ihr, was das Schlimme ist? Wir haben Tag 2 rum. Ich bin immer noch bei Level 1 einfach. Was ist denn da kaputt? Ja. Ja, ich auch irgendwie. Ich hab's auch noch nicht. Zumofu. 126. 100 Euro. Zumofu. Zumofu. 7K geknackt, kleiner als 3. Ja, aber sowas von geknackt. Dankeschön. Das ist toll. Danke. Haben wir irgendwas zum Verkaufen? Ich müsste als nächstes mal zum Händler theoretisch, um noch mehr Skillpunkte abzugreifen. Ja, alles was in Kisten ist. Ich hab auch alles wirklich reingeworfen. Danke. CPL für 20 Euro. CPL, danke schön. Für eine neue Charity-Map, die auch immer läuft. D3 ist gleich 4 für die Kinder nett. Natürlich auch. Leute, wollen wir uns kurz überlegen, wer was macht? Für 100 Euro. Ja, wäre ganz gut. 100, vielen Dank. Bin nur noch weg. Dankeschön. Vielleicht nochmal so, dass einer sich drum kümmert, dass wir eine Forge bekommen. Das wäre, denke ich, ganz sinnvoll. Okay. Das wäre, welches? Einmal die drei Punkte für Weapon-Smithing und einmal für Tool-Smithing ausgegeben. Die anfänglichen. Ja. Da bin ich jetzt. Also, 1 von 10. Ich hab bis jetzt nur in Ausdauer geskillt, also ich bin auch frei und flexibel. Ich hab einen in Ausdauer, aber ich kann noch gar nichts. Aber sonst, außer Ausdauer, kann ich auch noch nichts. Ich sitze gerade mitten in ein paar Leutchen aus meiner Therapiegruppe vom TV und wir haben uns geeinigt, dass Wellenstärken ist. Danke. 192 Euro, kleiner als 3, aber zurück, kleiner als 3 auch für dich. Dankeschön. Dankeschön. Hammer. Ja, echter Hammer, oder? Hast du, dass du weißt, was wir letztes Jahr übergeben haben in Würzburg? Danke. Das ist der Hammer. Run. Kinderherzen leuchten. So sieht's aus. Kinderherzen leuchten. Richtig, richtig. Dankeschön. Kleiner als 3, kleiner als 3. Richtig geil. Vielen Dank auf diesem Weg an die großzügige Community. Ja. Kleiner als 3. Ähm, Leute, wollen wir uns den... Danke, Doreen Happy. 5 für 5 Euro. Danke. Dafür, dass sie Lukas voll sind für jeden weiteren Toten, weil ich kommen 5 Euro der Z. Ich weiß, der ist ein bisschen weiter weg, aber unser jetziger ist ein bisschen heftig, oder? Also ich würde jetzt erst mal jagen gehen, weil wir brauchen Essen. Wir haben doch Mais in der Kiste. Kleiner als 3, kleiner als 3. Äh... Ja. Das ist der Leerwerk. Ah, genau. Das war ja hier hinten. Die Coinskiste ist wo? Ist die draußen? Nee, nee, nee. Hier drin. Hier im Hinterraum. Äh, Leute, nehmt hier bitte die Lederdinger. Die Lederrüstung. Antibiotik 77 für 50 Euro. Der Erfolg vom Event 2 wurde somit aufgestockt. Kleiner als 3, kleiner als 3. Antibiotik, da hast du recht. Hier wo die Fackel ist, kommt mal bitte her und nehmt euch die Leder-Schienen. Bitte. Okay.